Das Kabel raus. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Machst du mir die Lausgange? Was? Nöööö, muss ich schauen, gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Ich bin der Fangimmer. Und wir schauen jetzt, wo der Ausgang ist. Da ist ein Eingang, aber kommt dann raus. Da sind wir doch reingekommen, oder? Sind wir da reingekommen? Da ist ja die Luke, wo wir durchgeschaut haben, oder? Ach so, da ist auch eine Luke, wo er reingekommen könnte. Aber wo ist das da? Mein Beileid wegen deines Zuhauses. Ah! Geht's da raus, ha? Ja. Wo bist du jetzt hin, Alter? Wo bist du denn hin? Da war eine blaue Pflanze. Okay, hast du was erlegt? Und euch? Ein weiblicher. Da sind noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob wir dort hin können. Wieso nicht? Weil dann wieder so nebelschicht ist. Also bei mir ist da keine Nebelschicht dort, wo der B.S. Also ist das keine Nebelschicht? Was ist das dann? Ach so, aber auf der Karte ist keine. Auf der Karte bin ich aber nicht. Aber ich glaube, man kann da reingehen. Schaden kriege ich keinen. Aber jetzt wird's lustiger. Find den B.A.N.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D. Das ist aber gar nicht so schlimm jetzt. Da ist nicht so schlimm, nur der Übergang, glaube ich, ist das. Oh, ich dachte, ich habe ihn gefunden. Da ist der Stern. Okay, ich merke gerade, viel Munition habe ich nicht. Ist aber geil, so durch den Wald zu streifen. Da ist ein Haus, da gibt's vielleicht Loot. Ja, Loot, Alter. Ich bin Bärm. Schlange gibt's da auch. Munition wäre geil. Bärm wäre geil, oder? Ja. Ich bin doch echt nicht euernst. Ich hoffe, das ist kein PS5-Clitch. Harbin! Hallo! Hallo! Ich komme. Du hast den echt? Ja? Ja. Ja? Ja, ich boxe dich jetzt. ich mache jetzt im handgefecht fertig habe ich mit meinem bloßen freusten habe ich den bären getötet und ich hätte so gemacht ich habe mir einen vorteil einen zorn habe ich mir gemacht und du glaubst ja ich schaffe ihn mit meinen bloßen händen was hast du denn gemacht für einen vorteil einen zorn den hat man dauerhaft nein ist leider dass ich wieder auf so ist wo ist zorn also mehr faustschaden ist oder was nein weiß ich wieder gar nicht je zorn heißt er na gut ich spawne uns mal das ist aber nicht bei dir so auf jeden fall einmal muni hauli hauli zwei zumindest zwei zumindest so und dann sagst du mal was du denn bist die 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 So, it's mission time. Okay, sobald du das Paket hast, sag ich dir, wo wir uns treffen. Hawaii, heute sind ihr Tiger. Das sieht ziemlich laut. Ja, pass auf, es ist der gleiche Woop Gegner sind. Das Licht da drüben ist ein bisschen verteidig, links. Aber gut, jetzt hast du auch geskillt, dass du weniger sichtbar bist. Kann ich vielleicht noch? Gut bewaffnet, Meister take turn, Experten take turn, fortgeschüttet. Verdeckt habe ich erworben. Kannst du nicht abbrühen mehr. Verdeckt, du sagst weniger Geräusche, wenn du dich bewegst. Na, das hat irgendwie alles geheißen. Geist! Wo soll das sein? Ja, auch bei den Nureden-Sachen. Na, ich habe da mehr Faustschaden und so meine Lungenkapazität. Na, bei den Nu-Dings-Punkt-Sachen, was wir bekommen haben. Da kann man sich wohl was ausrüsten, oder was? Ja, Vorteilspunkte! Fünf neue Vorteile haben wir jetzt bekommen von den Nureden. Nur du anscheinend. Echt? Du nicht? Nein. Bei mir hört es auf bei schwerer Munition. Ja, und ich habe jetzt unten fünf neue bekommen. Nein, habe ich nicht. Glaubensprung, Geist, Jezon, Edens Berührung und Edens Geschenk. Das ist uncool, das habe ich alles nicht. Krass. Du weißt, man spielt trotzdem vollwertig das Spiel und kriegt trotzdem nicht immer die Hälfte, oder? Das rückt mich ein bisschen auf. Du wohnen verarscht, wie ist das nicht, ja? Bitte? Du wohnen verarscht, wie ist das nicht? Aber hier liegen wir im Flugzeug wahrscheinlich, oder? Hier drinnen, wo? Ah, da piepst du irgendwo schon in meiner Nähe. Paz. Okay, wurde entdeckt. Wow. Da ist nur in die Luft geschoben. Kannst du mich holen? Diese Wüste der U-Mann werden nicht aufhören, dich zu jagen. Schnürb dir das Paket und lass uns hier verschwinden. Thank you. Oh, da werden sie sich gewesen, weißt du das. Und. Haben wir noch Zeit? Im Nordösten ist eine Brücke. Du kannst sie nicht verfehlen. Dort hole ich dich ab. Wenn du das Paket hast, müssen wir schnell verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter herangreifen. Koste, was es wolle. Oh, da fahren uns mit Fahrzeugen hinterher. Ich glaube, sie überfahren mich. Ich bin nicht weit gekommen. Oh. Boah. Natürlich. Boah, jetzt brenne ich auch. Das war ein Ding. Ich merke aber, ich habe eine falsche Waffe da oben. Also das ist krass, oder? Schau dir das an. Okay. Okay, warte, kann ich jetzt nicht sein. Oh, das ist ein Huch. Oh, ich kann das aktivieren, dass ich ein Geist bin. Oh, das ist krass. 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 Ich fühle mich mit einer Gatschein, Alter. Oh, das ist krass. Ach, du, ich komme jetzt. Schätze, wir sollten schnell nicht von dir verschwinden. Spoiler. Spoiler. Ich kann dich nicht helfen. Ich kann dich nicht helfen. Ja, ich habe es geschafft. Na la, jetzt haben wir das Paket noch beschützt. Servus Michi. Hol die Vorräte und fang den Abholpunkt durch. Und vergiss deine Ausrüstung nicht. Viel Glück. Na la, ja. Voll geschüpp cooler. Ja, weil du dich vom Helik hinlässt. Na, Alter, was soll ich machen? Du hast mich ja nicht wieder benutzt. Ich habe nicht gehört. Ja, süß. Das ist doch die Ausrüstung. Ja, das ist doch nur mit einer Branche für den Ausrüstung. Das ist doch nur mit einer Krüfte. Ja, wir schauen mal, mal her. Ich kann meine Nachrüstung sein. Ich schwör, das machen wir richtig nicht. Hey, gut gemacht, du hast es! Zeit hier abzuhauen, ha? Das war richtig cool, das tut mir nicht. Ich hab dann oben sich auf den Tank schossen. Hab beim ersten Mal auch schon, gell? Ja, anscheinend, ich hab nicht gewusst, dass das dann... Ich hab lustig geschossen, aber wahrscheinlich hab ich den Tank getroffen. Aber wo bist du jetzt noch? Ja, da. Vielleicht sollte man, wenn einer vorbeifahren, mit dem Auto dann irgendwann oder mit dem... Scheiße, es bewegt sich! Na Leiband, er lauft schneller und lasst mich zurück. Die I-Waymen schicken ohne Ende Verstärkung, also verschwinde keine Zeit und lass uns so schnell es geht abbauen. Ich glaub, so können wir uns jetzt bis dorthin verstecken. Nicht du vielleicht. Du nicht? Nein. Mich sind sie ja down. Sind sie so schön entdeckt bei uns? Weiß ich nicht. Ja. Oh, ich hab mich nicht entdecken lassen. Du hast sie mich entdecken lassen. Du musst wieder Push sein. Nicht wieder George. Oh, Sniper! Oh, Sniper! Noch einer? Verkiss nicht, du bist geist und bist schneller. Ich hab das nicht. Da fliegt der Helikopter! Ich hab den Vorteil ja nicht einmal aktiviert. Ich schütze jetzt zu lang an! Verschwinden wir von hier! Ach, ich hab vor allem Battlefield gespielt. Was heißt? Ich bin auch von Busch zu Busch, von Füßen-Gaben zu Füßen-Gaben. Weiter stecken. Ich habe eine ziemliche Folge, ich habe mal Battlefield gespielt. Wir waren nur zu zweit im Trupp und waren zwar ein zweit besserer Trupp. Ja, das reicht. Weißt du, was du schön hast? Ich hatte keine Verbindung mit Problemen. So, hier wieder meine Folge beendet. Die nächste kommt bestimmt. Ich bin der Fanggeber, macht's das gut, bis dann. Ciao und Baba.